Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir alles, was du als Blinder oder Sehbehinderter über Apples Gesichtserkennung wissen musst. Los geht's! Gleich mal vorweg. Ja, FaceID funktioniert auch bei Blinden. Allerdings nur, wenn ihr eine bestimmte Einstellung, die standardmäßig eingeschalten ist, ausschaltet. Fangen wir zunächst mal mit der Einrichtung von FaceID an. Bei mir hat es absolut problemlos funktioniert. Man muss ja einfach nur in Richtung des Handys schauen und dann mit seinem Kopf so eine Art Kreis beschreiben, sodass euch FaceID von allen Richtungen einmal gesehen hat. Es gibt beim Einrichtungsprozess allerdings auch einen Knopf und wenn ihr da drauf drückt, dann reicht es, wenn ihr einmal gerade in die Kamera guckt, dann müsst ihr euren Kopf praktisch nicht zu viel bewegen. Dadurch wird FaceID natürlich etwas ungenauer. Allerdings ist das auch eine Option, wenn ihr das mit dem Bewegen nicht so hinkriegt, dass FaceID alles von euch einscannen kann. So, jetzt ist FaceID eingerichtet. Allerdings müssen wir jetzt noch einen ganz wichtigen Punkt ändern, damit FaceID auch funktioniert. Dafür gehen wir auf die Einstellungen, klicken dann hier auf den Punkt FaceID und Code. Gut, dann sind wir hier in den FaceID-Einstellungen. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir den Punkt Aufmerksamkeitsprüfung für FaceID ausschalten. Weil es ist so, wenn dieser Punkt eingeschalten ist, dann prüft FaceID, ob eure Augen wirklich in die Kamera gucken. Das bedeutet, FaceID funktioniert dann nicht, wenn ihr eure Augen geschlossen habt oder nicht genau in die Kamera guckt. Deswegen müsst ihr einfach nur diesen Punkt hier ausschalten und FaceID funktioniert auch, wenn ihr nicht genau in die Kamera gucken könnt, sondern nur grob in die Richtung des Handys. Den Punkt drunter, Aufmerksamkeitssensible Funktionen, solltet ihr logischerweise auch ausschalten. Wenn dieser eingeschalten ist, dann prüft FaceID, ob ihr auf das Display blickt, bei gewissen Aktionen. Wie zum Beispiel, wenn ihr im Sperrbildschirm auf eine Mitteilung tippt oder so. Den solltet ihr logischerweise einfach auch ausschalten. Jetzt erkennt euch euer iPhone, auch wenn ihr nicht direkt in die Kamera blickt. Übrigens, das gilt natürlich genauso für die iPad-Modelle, die FaceID an Bord haben. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es war alles verständlich und ich konnte euch vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen. Übrigens, auf dem Knopf Blinder Apfel könnt ihr mich, wenn ihr möchtet, gerne abonnieren. Also, bis dann!